Heute geht es um eine echte Wucht. Grüezi und Servus zu Bloodknifes Schwitz. Heute geht es um den Proper Chopper. Das riesige Messer von WorkDuff Gear und Design von SIG Manager aus den USA. Wollt ihr sehen, wie es sich im Einsatz schlägt? Das geht auf die YouTube-Kanäle Choir Boys Cutlery Outdoors und Outdoor Limitless. Aber um welche Zahlen handelt es sich hier? Eine Gesamtlänge von 42 cm, eine Klingenlänge von 29,2 cm, eine mächtige Klingenstärke von rund 6 mm, SK-85 Kohlenstoffstahl, 56 bis 58 Rockwell und ein echt Fashion Finish Forst Patina. Ein bequemer und ergonomischer Griff, G10 Waffelmuster mit blauem Liner. Was bekommt man aber noch dazu? Diese qualitiv hochwertige Kaidex-Scheine in schwarz. Dazu bekommt man noch diese schwarze Nylontasche. Da kann man ihn einfach reinstecken und einfach transportieren. Jetzt aber, wo kriegt ihr den her? Meistens alles verkauft. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Da findet ihr noch ein paar. Also schlägt schnell zu. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Messer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.